Moin Moin und Hallo zusammen und herzlich Willkommen zurück zu Galactic Science bzw. zu dem angekündigten Ankündigungsvideo. Das Ankündigungsvideo betrifft den Sendeplan und zwar insofern, dass ich die Video-Upload-Zeiten ändern werde. Das hat folgenden Grund. Privat hat es sich ergeben, dass ich eine Vollzeitstelle jetzt ab Oktober habe und dadurch weniger Freizeit in dem Sinn habe, da ich ja noch nebenbei Teilzeit studiere, sodass ich maximal nur einen Aufnahmetag habe. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Videos dann wie folgt hochladen werde und zwar jeweils dienstags, donnerstags, samstags in der ersten Woche und dann montags, mittwochs, freitags, sonntags, sodass halt jeden zweiten Tag ein Video hochgeladen wird bzw. zur Verfügung steht und nicht mehr wie bisher montags bis samstags. Jo, das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Nur nicht, dass ihr euch wundert, dass plötzlich nur nach alle zwei Tage ein Video hochkommt. In diesem Sinne sehen wir uns dann in der nächsten Folge Minecraft Galactic Science. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin mit einschalten würdet. Bis dahin. Ciao.